Los geht's, lassen wir uns von dem Ork rapen. Ah, gefunden, du bist der Ork, oder? Ähm, was sucht mich denn jetzt der Succubus? Ich hab in der Stadt von dir gehört. Du hast das Medizin der Orks, oder? Ich werd's dir jetzt klauen. Okay, wenn du das schaffst, versuch's doch. Oh, ganz schön selbstbewusst. Lass uns drumherum kämpfen. Aber wenn ich gewinne, aber wenn ich gewinne... Machst du den ersten Schritt? Achso, dann darf er uns, natürlich. Gut, und wenn wir gewinnen, dann... Wow. Ja, wow, ist einfach nur, wow. So, König Ork. Ich haue direkt mal hier den... Den Überschlag raus. Der knallt gut rein. So, noch ein Überschlag. Ähm... Mh, 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 mh. Ich kann gerade, wenn du normal angreifen... Hat schon gereicht. Du bist tot. Und 2000 Gold. Wow. Bist du schwach. So, und jetzt werden wir natürlich rapen. Nice. Gameplay. So, in gewohrter Manier. Gedrücktheiten. Puh, puh, puh. Obwohl, ich spiele doch gerade echt ein bisschen... Naja, gut, nicht eintönig, aber... So, für den privaten Gebrauch wäre es wahrscheinlich besser geeignet. Statt das hochzuladen. Oh, wir haben es schon. Nice. Okay, und er gibt es die Medizin. Und vergeben sollen wir auch noch. Ah, du lebst noch. Wow. Okay, cool, er gibt es die Medizin. 30.000 Gold schon. Ich könnte mir jetzt die Drogen kaufen. Aber die Rüstung sieht auch so gut aus. Die Rüstung sieht auch so gut aus. So, Junge, ich habe die Medizin gebracht. So, hier, Medizin des Orks. Dankeschön, sagt er. Und benutzt er. Und? Geht's dir besser? Ähm, er fühlt gar nichts. Er meint, dass er fängt eigentlich sofort einsetzen müsste. Oh, er hat eine unheilbare Krankheit. Oh. Natürlich, wir werden ihn ja ein bisschen, ein bisschen aufmuntern, indem wir, ähm... Ja, natürlich. Auf, auf. Ja, natürlich müssen wir ihn auf die Art aufmuntern. Das, äh, war ja auch schon überhaupt nicht zu erwarten. Der Junge ist zwar krank, aber das geht noch. Kein Problem. Der Junge wird natürlich direkt überlangen gehen, einfach weil ich ihn so unglaublich glücklich machen muss. Oh, doch nicht. Und geht's ja besser? Äh... Oh, mein Körper glüht. Was ist jetzt? Was denn jetzt los? Seine Krankheit wurde gerade geheilt? Was? Weil wir mit ihm... Was? Äh... Okay. Der Held. Wir müssen zum Helden, der Monster tötet. Aha. Es gibt also einen Helden, der Monster abschlachtet und wir gehen jetzt dahin, um ihn zu rapen. Das war ja zu erwarten. So, und mein S-Level ist jetzt schon 8. Wow. Heißt es, dass ich jetzt mit dem Typen hier... Ah, cool. Jetzt haben wir den Typen auch nochmal. Ach, der Level war wohl genug. In der tiefen Nacht. Und wir machen das mit dem Typen nochmal. Und wir tun auch mal, ob es einfach nur ein Traum wäre. Nice. Ob der Typ pennt oder nicht, ist egal. Mach den Ding, zieh durch. Ich frage mich, wie hoch das S-Level so geht. Wir haben jetzt schon nur wegen dem S-Level, wieviel 40 Punkte Angriff? Drauf? Oh, Sanchi ist auch da. Hä? Was zur Hölle? Was macht's? Muss ich jetzt verstehen, warum die Karte hier ist? Aha. Achso. Normalerweise nimmt sie ihn durch, aber jetzt sind wir da und... ...haben ihr den weggenommen. Hä, 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 hä. Ähm. Achso. Jetzt wollte ich uns ehrlich bekämpfen, aber wir haben uns nett entschuldigt mit einem süßen Blick. Hä, hä, hä. Der Typ verpisst sich einfach instant schon wieder. So, wo ist er? Hauptsache, Sanchin, die sonst das ganze Spiel aber nicht anwesend ist, kommt mal kurz vorbei, um zu sagen, ey, Alter, hier mein Territorium. Huch. Get the fuck away. So, hab dich. Na, was sagst du, hä? Was passiert jetzt? Aha. Wir sollen uns also, ähm, in dem Haus betreiben. Cool. Hey, welch besseren Ort hätte man sich aussuchen können? Ah. Mhm, 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 mhm. Und da oben gucken die überall zu. Was zum... Warum können da von da oben alle zugucken? Was ist denn das? Hauptsache. Überall guckt Löcher da drin. Und das nur wegen uns. Ah, wir sind fertig mit ihm. So, und wir haben ihn selbstbewusstsein verpasst. Und wir sind wieder in der Stadt. Äh, ich hab doch grad noch was blitzen gesehen. Okay. Immer noch zu. Na, gut. Dann kann ich jetzt eigentlich zum nächsten Ort sogar weitergehen. Mein Mann ist auch schön voll. Mein Leben ist auch alles in Ordnung. Hervorragend. Mal gucken mal beim nächsten Ort. Ein paar stärkere Gegner kommen. So, was seid ihr für Gegner? Rainbow Elf. Kann da was? Ordentlich aushalten. Okay. 456 Gold. Also, jetzt oder nie. Weißer Geist. Der auch. Ähm. Das ist sehr problematisch. Hey. Ah. Attack everyone. Okay. Erstmal nicht für den Q heraushauen. Der gibt mir aber echt gut Kante. Ey. Hör mal auf damit jetzt. Habe ich ewig, Mana. Gut. Also, die Geister machen sich auf jeden Fall gut zum Fahren. Oh, Rüstung. Ja, ich glaube, ich hole mir jetzt die Rüstung. Das wird ja allmählich. Jetzt haben wir schon mal 3040.000. Da kann man das schon mal machen. Oh, guck mal in Richtung. Und ich habe einen unglaublichen Ring bekommen. Wie viel ist der besser? Oh, ich bekomme einen P dafür. Allerdings sinkt dafür auch mein Angriffsschaden meiner Abwehr. Ich kann es mal für einen Kampf versuchen zu gucken, wie viel genau das mir bringt. So, was mit euch hier? Oh nein. Warum gleich zwei von denen? Na ja. Ich muss es halt durchziehen. So, jetzt aber bitte auch treffen. Na, geht doch. Da ich mir jetzt ehrlich gesagt, jeden Kampf heilen muss, ist natürlich nicht ganz so toll. Oh, wieder in einem Wald unterwegs. Rainbow Elf. Nicht getroffen. Gott sei Dank. Dead. Von diesen Regenbogenelfen könnten ich ein paar mehr kommen. Toll. 230 Gold. Die Stimmung ist gerade sehr düster geworden. Nice. Ah, nö, 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 nö. Weggekrittet. Ja, Regenbogen. Nice. Der Ending Waterfall. Wie, der Ending Waterfall. Willst du mir sagen, dass es jetzt der letzte Platz hier ist? Nee, oder? Das glaube ich nicht. Als ob wir dann durch wären. Ich will nicht, dass es vorbei ist. Moment, ich mache mal so hier. Äh, da raus. Doch, wir waren schon... ...an jedem Ort. Hä? Ach so, das sind die beiden Szenenmitte selber. Ich verstehe schon. Aber hier oben fehlen auch noch zwei Bosse. Und da fehlt auch noch ein bisschen was. Boah. Wie viele Leute einfach hier sind. Nun gut. Jetzt werde ich wahrscheinlich noch alles freischalten müssen. Und das da ist dann wohl der letzte Kampf. Da, Holy Ground. Ich will auf jeden Fall erstmal meine Rüstung voll bekommen. 40.000 ist zwar relativ viel, aber lohnt sich. Und da bin ich unterschiedlich Geschw輪! Sofort Platz circa eine Rüstung.